Wie gelingt es uns, und zwar ganz unabhängig davon, ob wir selbstständig oder in einem Unternehmen tätig sind, uns so bei unseren Zielgruppen zu positionieren, dass wir nicht nur authentisch, sondern auch interessant sind? Wie gelingt uns das ganz ohne übertriebene Selbstdarstellung? Wer sind überhaupt unsere Zielgruppen und welche Rolle spielen Feedbacks von Personen in ihrem Umfeld? Am Ende muss ein Bild von uns selbst entstehen, mit dem wir gut leben können und mit dem wir andere Menschen für unsere Sache begeistern können. Das und mehr in meinem Referat. Ich freue mich auf Sie.